Ich muss die Blätter wegmachen! Kann ich die Blätter wegmachen? Fast! Du kannst sie quer stehen lassen. Aber der wird nächstes Jahr 75, der kommt dann nicht mehr so wirklich rein. Und wenn der da rumsteht, dann fahre ich halt damit. Gibt Schlimmeres. Rückwärtsgang mit beiden. Das habe ich gemerkt. Das ist Sprit. Nicht so schön. Das ist Sprit. Das ist Sprit. Dann fuhren wir uns herum. Das war's für mich. Ich muss die Blätter schmerzen. Dann sind die Blätter vor euch. Dann kommen wir uns zum nächsten Mal. Vielen Dank. ein bisschen nach vorne halt die kamera mal fest ein bisschen nach vorne Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020